Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Part zu Let's Play Tomb Raider 2013 oder eigentlich heißt es ja nur Tomb Raider Ja, da ist die kleine Lara Croft, wir sind jetzt hier aus der Hülle entwischt da sind wir rausgekrabbelt gekommen und ja, schaut euch das mal hier an, es sieht doch wirklich sehr sehr stimmungsvoll aus, oder? Oh, Verzeihung, so, jetzt Sieht wirklich hervorragend aus Macht optisch einiges her Gefällt mir bisher sehr gut Ja, was ist passiert? Wie ihr sehen könnt, sind hier Menge Schiffe hier gestrandet Auch Flugzeuge sind hier irgendwie abgestürzt und so weiter Ja, Lara wollte sich beweisen und ist aufgebrochen zu einer Expedition mit dem Schiff Endurans, soweit ich das weiß Das Rettungsboot Wo sind sie? Wahrscheinlich lernt ein Herz Auf jeden Fall sind wir hier gestrandet im Teufelsmeer Oder wie es auch genannt wird Drachendreieck Das ist irgendwie so 100 Kilometer südlich von Tokio und gilt so wie das Bermuda-Dreieck auch ziemlich mysteriös Also hier sollen eine Menge Sachen hier passieren auf die keiner so richtig eine Antwort hat Tja, und jetzt sind wir hier gestrandet und müssen uns den Weg bahnen zu den anderen Überlebenden So, klettern wir mal hier rüber Ich hab hierhin Angst Ich hab hierhin Angst Oh, verdammt Ach du meine Güte Was jagt ihr mir hier auch so eine Angst ein So, das wäre doch geschafft Hier müssen wir rüber springen Jawohl Das hast du gut gemacht, Kleiner Komm, weiter geht's Hm Genau das meine ich hier zum Beispiel Was sucht dieses Flugzeug hier? Da hat es eigentlich nichts verloren Und ich muss sagen Ich war eben schon hier Wollte diesen Part jetzt fortführen Aber das Spiel ist mir leider, leider abgestürzt Ich hoffe mal, dass das jetzt Nicht nochmal passiert Okay Klar schaffen wir das, Kleine Ja, ja Oh, 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 oh Verdammt war das knapp Komm, weiter Und Und Ach man Immer diese Quick-Time-Events Cool Das ging nochmal gut Und hier kann man EP sammeln Ich weiß aber jetzt Allerdings noch nicht so recht Was man damit anfangen kann Ganz vorsichtig, Kleiner Was stand da eben Wände hinaufklettern Drücken sie im Sprung leer Um an Flächen Wenden nach oben Tja Okay Okay Man Ganz sportlich, die Kleine Ich wäre schon fünfmal Darunter Darunter gekracht Krallen wir uns auch mal Krallen wir uns auch mal Krallen wir uns auch mal Und hier Und hier Und hier Ich muss sie finden Sagen, ich hab das jetzt alles zusammen Geschnitten Das Spiel ist mir nochmal Abgestützt Leute, kennt hier ein Rat Dann hilft mir mal bitte Okay Sollte das so sein Oder Bin ich da jetzt wirklich Abgestützt Tja Keine Ahnung Okay Jetzt kommen noch Wölfe Oder was Nein Tja Das kann ja heiter werden Hier Sieht verlassen aus Hört mich irgendjemand Bitte antworten Tja Das war's für heute. Das war's für heute. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Ach Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam? Danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns. Mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung. Zwei Doktor Titel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor Titel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreiecke gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesen Dreieck kam? Sieh nur. Das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Sie wollen da tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rum zu jammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mach ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Okay. Suchen sie nach Nahrung. Können wir hier irgendetwas mitnehmen? Ne. Aber was soll ich denn? Soll ich die Viecher mit der Hand fangen, oder was? Also, so hat das Ganze mal hier angefangen. Ja. Vogel, schnapp ihn dir! Ach, verdammt. Den hast du voll verpasst, Lara. Okay. Soll ich das Ding umbringen? Ich bin nicht John Rambo. Oh, verdammt. Schnapp dir den Vogel! Ne, will sie auch nicht. Also, Leute, noch mal zu meinem Problem. Das Spiel ist mir jetzt mittlerweile zweimal abgestürzt. Habt ihr ein Rat für mich? Oh, oh. Tja, das würde ich auch sagen. Du Leischenschänderin. Finden sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen. Okay. Also, wie gesagt, das Spiel stützt immer wieder mal ab. Kennt ihr einen Rat dafür? Dann ab in den Comments, bitte. Wir haben schon mal vier Bögen. Oder Pfeile, besser gesagt. Können wir hier rein? Nope. Okay, wie kommen wir da hoch? Ist so okay. Ich hab's verstanden. Ja, ha. Na, kann sie hier nicht hoch? Nein, kann sie nicht. Nein, sie kann's wirklich nicht. Hey, da ist noch was. Meine Güte, aber springen kannst du, Kleine. Da sehe ich auch noch was. Ach so, hier geht's aber gar nicht hoch. Tja, wie komme ich da ran? Hier vielleicht? Zum Untersuchen. Tja, Leute, das Spiel ist mir immer wieder abgeschmiert. Ich hab das Ding dort aufgenommen. Ich weiß aber noch gar nicht, was das ist. Ich schau mal kurz. Tja. Kann ich denn mal hier mal in meinem Inventar oder sowas gucken? Alte Schriftrollen, gar nichts. Reliquien, auch nichts. Was war's denn, verdammt, dass ich da irgendwie eben aufgenommen habe? Tja, weiß der Geier. Oder hier irgendetwas? War's eine Karte? Könnte sein, dass es eine Karte gewesen ist. Ich weiß es leider nicht. Bei mir das Spiel mal wieder genau dort... Oder war's das hier? Na egal. Auf jeden Fall hab ich da irgendetwas aufgenommen und das Spiel ist mal wieder abgeschmiert. Ich brauche euren Rat. Gebt mir doch mal ein paar Tipps und Tricks. Wie das Spiel eben nicht abstürzt. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Ich hol mir noch diesen Bogen dort oben. Na? Oh oh. Ich schaff das. Oh, verdammt. Provisorisches Langbogen. Okay, Daddy. Ja, ja, Kleiner. Ist ja okay. Ich erlege gleich einen Hirsch. So, Leute. Auf jeden Fall werde ich hier wieder mal einen Cut machen. Wie gesagt, ich brauche eure Hilfe. Das Spiel schmiert mir andauernd ab. Habt ihr irgendwelche Tipps, Lösungen, wie man das beheben kann? Dann bitte in den Comments oder schreibt mir eine Privatnachricht. Auf jeden Fall schaut im nächsten Part wieder mit rein. Macht's gut und bis denn. Ciao. Alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020